KUTAN Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. KUTAN Immobilien. Am 19.07.2019 um 1.25 Uhr kam es zu einem Wohnhausbrand in der Bleistraße in Schieferstadt. MRN News.de berichtete bereits. Der Brand brach auf der Terrasse eines Wohnhauses aus und griff auf das Dach über. Nur dem schnellen Eingreifen der Schieferstatter Feuerwehr ist es zu verdanken, dass die Flammen sich nicht weiter ausbreiteten und das Feuer schnell unter Kontrolle kam und schließlich gelöscht wurde. Das Haus war nicht bewohnt, Verletzte gab es keine zu beklagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt die Bevölkerung, wer sachdienliche Hinweise geben kann. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Schieferstadt Polizei und Rettungsdienste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017